Die anderen sind schon drin. Bis dann, Dad. Eine Explosion erschütterte heute die Stadt. 20.000 Pfund für die Namen der Attentäter. So läuft das leider nicht. Hallo? Mr. Hennessey, er ist schon wieder hier. Den fünften Tag in Folge. Was will er? Seine Tochter starb beim Attentat. Mr. Hennessey, bitte finden Sie die Namen der Attentäter heraus. Ich arbeite für die Regierung, nicht für Terroristen. Sie waren Teil der IAA. Ich weiß nicht, wer die Attentäter sind. Ich glaube Ihnen nicht. Er ist es. Sie beschaffen mir die Namen der Attentäter. Er hat gedient. Vielleicht Special Forces. Stopp! Am Tag ist eine Bombe! Du sollst wissen, dass er an dich rankommt. Was ist hier los? Er glaubt, ich wüsste, wer seine Tochter ermordet hat. Ist das so? Die halbe Stadt sucht ihn. Dieser alte Mann steckt uns alle in die Tasche. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Machen Sie auf. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Doch das weiß ich. Und Sie?